Fahren wir nicht ins KZ? Äh, ja. Zu fügen. Sich nach oben zu fügen. Sich nach oben zu fügen. Dieses Stück nach so langer Zeit. Wie nahe geht einem das persönlich? Das geht einem ziemlich nahe. Ja. Geht an die Substanz. Jetzt beschäftigen wir uns mit dem Thema und dann sollte man sich da auch nicht drücken und sollte da auch mal so vor Ort sein, ne? Ich will dich nicht verlieren, ey. Dann sollten wir vielleicht mal Stellung beziehen. Kurve! Meine ganze Familie wurde im Holocaust ausgelöscht. Und dann kommst du noch und laberst mich an? Du Vollidiot! Seid ihr zum ersten Mal in Auschwitz? Ja. Das ist ganz, ganz braune Nazi-Scheiße. Dieses Auschwitz in uns, was nie endet. Was immer da ist. Hier sind so kleine Menschen! So kleine Menschen bei dir! Ach, krass! Danke, danke. Ich kann nach Auschwitz nicht gleich ein Würstchen essen.